Maginon IPC20C, die wasserdichte Outdoor-IP-Kamera, mit der Sie Ihr Hab und Gut im Auge behalten, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Die Maginon IPC20C ist optimal zur Überwachung von Eingangsbereichen zu Häusern und Wohnungen, dem Arbeitsplatz, einer Werkstatt, Geschäftsräumen oder Park- und Außenanlagen. Da die Kamera wahlweise per LAN oder WLAN mit ihrem Computer verbunden werden kann, ist die Maginon IPC20C fast grenzenlos einsetzbar. Egal ob Sie im Urlaub sind, in einem Restaurant oder auf eine Party eingeladen wurden, Sie können jederzeit einen Blick auf Ihr Eigentum werfen und dies in einer Auflösung mit 640x480 Bildpunkten. Die Kamera verfügt über 24 Infrarot-LEDs. Mit einer Reichweite von bis zu 20 Metern machen Sie die Nacht zum Tag. Die Installation über die Cloud Supraspace ist einfach und erfordert keine Änderungen an Ihrem Router. Steuern können Sie die Maginon IPC20C über jeden PC, Laptop, Tablet-PC und alle Smartphones mit Android- oder iOS-Betriebssystemen. Rufen Sie die Kamera einfach über die Supraspace Cloud, Ihren Browser oder die benutzerfreundlichen Applikationen für Android- und iOS-Oberflächen auf und Sie haben vollen Zugriff auf alle Funktionen und können Freunden oder Verwandten einen Einblick auf die Aufnahmen der Kamera gewähren. Lassen Sie sich automatisch per E-Mail über Ereignisse informieren. Die Kamera sendet bei Erkennung einer Bewegung Fotoaufnahmen wahlweise an die vorher eingestellten E-Mail-Adressen oder überträgt die Bilddokumente auf einen FTP-Server. Sie sind jederzeit über alle Geschehnisse informiert. Sichern Sie Ihr Hab und Gut. Maginon IPC20C, die Outdoor-IP-Überwachungskamera, mit der Sie alles im Blick haben. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise in der beiliegenden Bedienungsanleitung. Sie sind jederzeit bei Erkennung.